Sommer, Sonne, Stadt. So schön. Trallo! Springt der nicht an jetzt, oder was? Ey, fuck, wir sitzen hier mitten in Slowenien irgendwo. Oh fuck, Moritz, komm mal her, Alter. Was machen wir denn jetzt? Siehst du das, Alter? Das hat's bald weggeschmort, ey. Was? Na geil, wie in der Kalt, ey. Äh. Was heißt das jetzt? Was? Oh, Alter! Ey, Anna, hörst du vielleicht mal auf, das zu föhnen? Ey, wir sind hier grad voll am Arsch. Ich filme die Feigen. Ey, ooooh! Was soll ich jetzt hier, ich mein, ich muss eh gleich protzen. Ist irgendwie sauschlecht. Ey, gib mir mal so einen guten Arsch. Ja, der ADAC wird nicht nach Slowenien kommen. Moritz, was sagst du? Spaß! Patrick macht gerade Feigenpause. Patrick. Patrick ist voll der Feigling. Schmeckt dir die Feige, Patrick? Hm? Hallo! Nein, wenn die es cooler sehen, dann muss man... Es ist ja jetzt eine Feige. Dann müssen wir doch... Nein, ich glaub... Äh. Sau ranzig. Ich muss immer lachen, wenn man mich filmt. Wenn ich aber eine Feige esse dann schon. Also Mädels, wir fahren weiter. Rauchen wir halt noch schnell eine Zigarette. Ich bin der coole Patrick. Patrick. Mit meinen coolen Schuhen. Ja, hier. Kann ich mal kurz noch Moritz einen Tanktop füllen? Hallo! Hey, Dana! Und? Erzähl mal! Also... Es ist so... Wir sind aufgestanden... Mhm. Au! Ja, tut mir leid. Okay. Ähm, ja, wir sind aufgestanden... Und haben... Äh, 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 äh... Wenn es dann... Wenn es dann... Wenn es dann als äh... Gemeinsames... Familienvideo angepuckt wird mit allen Beteiligten, dann will ich jetzt nichts Schlechtes sagen über alle Worte. Was? Was sag du mal? Reis und Nudeln. Ganz ex. Du hast gesagt, ich freu mich auf unser Essen heute Abend. Es wird voll geil. Und... Er so, ja, unser ist auch. Und wer? Was hast du denn? Äh... Was habt ihr gekauft der Reis und Nudeln? Heute gibt es mit... Reis mit Nudelsauce. Einfach nur so... Die Hälfte vom Teller ist so Reis. Und dann so... Noch ein bisschen Salz. Noch ein bisschen Nudeln. Ich will an Eichern schon... Ich mach euch ein bisschen heißes Wasser drauf, damit es besser wird. Als Soße. Soße. Salzwasser. Hier ist eine Lampe. Die geht. Hier ist der Kühlschrank. Und da außen... Äh, was? Das stimmt überhaupt nicht. Da ist auch kein Kühlschrank, ey. Mhhhhh... Lecker! Mhhhhh... 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 Essen wir einfach aus einem Teller, oder? Da ist es so lustig, ganz nah mit Leuten, die ihr Gesicht dran zu suchen. Carsten, die sind perfekt, die Nudeln. Hallo! Du auch. Mhhhhh... 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 Brauchst du noch Soße so Reis? Ja. Damit das nicht gerechnet. So, jetzt essen wir Nudeln. Wie gesagt, essen wir das einen Teller? Oder findest du das irgendwie eklig? Hanna! I am not a whore. I am not a whore. Mhhhhh... Mhhhhh... Schaust gut aus. Mhhhhh... Mhhhhh... Das schau ich mir mal näher an. Das ist nett so ein Kompliment zu bekommen. Ich muss irgendwie voll die Arme und das kriege ich mal aufwand, damit ich die Kamera sicher halten kann. Komm nicht auf drauf. Meine Anzeige sagt, ich kann noch sehr weit auf dich zoomen. Mach mal deinen Mund auf, dann zoome ich in deinen Mund rein. Wenn du einen Superheld hast, das bist du für ein Mensch. Warte auf, warte auf, ich komm jetzt. Oh fuck, jetzt bin ich schon am Limit. Ich kann nicht rein. Ja, ich bin am Limit. Warte, ja? Ich bin am Limit. Ich kann nicht mehr rein. Das ist ja total der Schwachsinn, sich die Scherms zu fragen. Warum sollte er sich mit Vögeln, den Tieren, auskennen und alles erst aufkennen? Das ist ja auch selbstverständlich. Weißt du? Fotografierst du gerade meine Nippel? Ja. Mit den Nippel, mit den Achselnippelhaaren? Mit den Haaren hier. Ja, Achselnippelhaare. Ey, ich verkauf das als krassen Porno, ey. Das sieht saukrass aus, einfach so eine Brustwarze ohne Zusammenhang irgendwie in so sein Bild zu haben. Du weißt schon. Drück dir mal die Zigarette in deinen Nippel aus. Ja, schon, das wäre saukool, Alter. Boah. Dann hättest du ja keine Brustwarze mehr. Das ist übrigens das Gesicht, zu dem diese Nippel gehören. Das ist ja unglaublich geil im Nippel. Jetzt ist der Hanna dran. Ähm, warum hast du so viel Aschaut? Warum? Leckere Feigen. Oh, was ist diese? Ne, film mal hier. Okay, Dena, okay. Dann trinken wir auf dich und deine Männlichkeit. Ähm. Hanna, mein Mardens saftes Leerchen. Füps Asmus. Erdbeben. Nein. Nein. Füps. Ja, siehst du. Ja, ist okay. Ich respektier dich. Es gibt Füps Asmus. Genau. Es ist wirklich so. Es gibt Füps Asmus. Moment. Kugel und Hunde schlafen. Genau. Es gibt Füps Asmus. Ja. Es gibt Füps Asmus. Okay. Ah, du warst gestern wieder so peinlich. Ja, ich weiß. 64, Hanna. Oh, oh. 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 Okay, das war's. Und du hast es ja auch. Menschen außer, halt. Das ist ja eine Sache, du. Ey, warum haben wir eigentlich allepeilige Urlaubsvideos, ja? Super. 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 bypass Thomas. Total gut. Thomas. OK. Thomas. Thomas. Du musst so tun, als würdet ihr euch lieber anfangen. 230 Nein! Ich würde es aussehen, zeige es der Kamera Das geht aber nicht Du darfst es nicht reinschütten, sondern reinlaufen Wenn du es schüttest, machst du es Ah, geil, geil Viel Spaß, jetzt trinkst du Nicht auf die Kamera Lass mal das Ja, drück drauf und schüttel es Warte, sprichst du es ja so Ah, ich komme jetzt Komm, komm Scheiße, das geht nicht mehr so gut Das war ein Vogel Oder? Ja Oleg Was war das für ein Vogel? Hm, sehr interessant Hm, sehr interessant Wenn es mir näher kommt, rennt es rein Ja, schon Warte Fotze, ey Ich schwitze schon wie ein Ochs Ich schwitze schon wie ein Ochs Ja, okay, ähm Könnte die Aufnahme auch an dieser Stelle werden? Au! Warte Warte Ich glaube, die hier sind einfacher Kann mir jemand ein Bier holen Willst du eigentlich da jetzt? Ja Haben wir welches? Eine Dose Hier, eine Dose hat sie noch Okay, dann bende ich die Aufnahme nochmal an dieser Stelle Viel Glück Auf X Hals, Marmel Nee, nee, also Sorry, ich nicht Es ist ungefähr noch ein Liter, was da drin ist Ich habe neulich ein Liter gehext Ein Liter Wasser Ja, Wasser Sperr mal Ne, 1,5 Darf ich auch mal füllen? Warte, weil man sieht, wie das Objektiv sucht Da sieht man richtig jede einzelne Pore der Haut Warte, darf ich mal, darf ich mal ranzoomen Warte Ist so schön Muss ich nur noch an den Moritz ranzoomen Jetzt gib halt Scheiße, ey Hä, warum geht es bei dir nicht? Du bist zu nah dran Jetzt müsste es gehen Nein, nein, nein Hallo? Ja, jetzt will ich nicht fokussieren Aber mittlerweile macht es mir gar nichts mehr aus Irgendwie meine eigene Stimme aufgenommen zu hören Oder mir selber Ja, ich finde es jetzt auch gar nicht mehr so schlimm Ja, schon mehr alle Musikbiss sind da Weil ich so oft meine Stimme im Radio Hey, Hannah, ich will jetzt mal ranzoomen Im Jatz-Radio Kannst du gerne machen? Im Jatz-Radio Ey, weißt du was? Du hast... Ja, dann haben wir Reis Ja, ich hab was dabei noch gehabt Und ich wollte jetzt so ein kleines Reis-Ding machen Und das steht jetzt da am Herd Tja, scheiße Ja, Wahnsinn, ein Kerl zur Rezeption und sagt, dass wir Gas brauchen Gras? Er sagt, dass wir Gas und Gras brauchen